das habe ich gerade geschaut das kann ich jedem nur empfehlen da geht es um die da geht es um die Partikel wer sowas hat einfach mal gucken das sind die Filme die ich jetzt die letzte Woche geschaut habe einmal Barbershop Naruto etwas wissenschaftliches dann Paul ein Alien auf der Flucht ist ein ganz spannender Film mit vielen Überraschungen SH2 Tintenherz Gänsehaut die zwei Filme sind ähnlich also Tintenherz und Gänsehaut dann das Kabinett des Doktors Barnasius Barnasus Power Rangers Hissen V8 und Quantenphysik Tintenherz und Gänsehaut Tintenherz und Gänsehaut siehaut